erforderlich weil es ab einem doch passieren kann dass ich so micro da drin hab also micro standbilder von einer viertel sekunde ja also ganz kurz es ist im schnellen kampf gegen endermans und co kann es doch mit unter oder beim präzisen springen mit dem jetango schwert kann es doch damit unter kritisieren aber so ist auch sehr smooth und angenehm maximal fbs habe ich eh bei 80 festgelegt was von daher das ist okay und wir brauchen wollen noch vier mal was brauchen ich muss kurz worte bevor man losgehen muss kurz noch mal nach dem ich muss noch ein bisschen genau ich muss noch was umstellen leute die ursprungsmodus wie du jetzt kurz warten das initiiert wird also bis es irgendwie klar aber ich habe mich dass das jetzt auch der krieg durch meine windows kreis wo zu drehen ihr könnt natürlich ist die aufnahme nicht sehen aber alles klar dann zuckert das halt ein bisschen vor sich ist mir egal das ist mir egal so okay ich muss kurz meine maische gucken wir haben jetzt hier drin 28 sehr gut so jetzt muss ich hier umstecken jetzt brauche ich mich jetzt den sogenannten zahnradguss muss das zahnradkasten warum tut er ist da unten rein dieser debel ich hoffe das war es richtig ich hoffe das haben ich habe das ich habe euch gezeigt dass der jetzt schon wieder da er weiß ich mich noch mal so die häsen brauche ich ich gehe ja alles die lapis können hier bleiben das kann auch hier bleiben das kommt man mit Los, dann kommt er auf. Wente. Das brauchen wir auch hier nicht. Wer des Quats muss hierbleiben. Oh, Jungs, die kann auch. Wente. Ok, das sieht man hier noch. Ich muss erst noch einmal gießen. Und dann muss ich wieder umstöpseln. Jetzt ist die auch schon ein bisschen leerer hier. Ok. So, jetzt kann die so komische Glock wieder an hier. Jetzt du die... Ok, da. Ja, komm ich da rein. Rein, ok. Also ich konnte, dass du die Casing fix bauen. Damit, damit er das, äh... Gut, das dauert doch ein bisschen. Gut, das dauert doch ein bisschen. Weil ich muss jetzt Gold zurecht schneiden, äh? Da ist kein Bock. So, das darf also, also meine Kisten darf also nichts verbraucht werden von den Bronx so unten. Das ist jetzt ganz wichtig. Ey, cool. Die Betten sind jedoch so geworden. Vorher auch 15 Plätze, ja. Ich wollte gerade sagen, die sind größer geworden. Das war nur so. Wie der Morbid-Chucky. Ah, ich hab doch wieder diesen kleinen Mikrohänger drinnen, aber das geht natürlich erst weniger als sonst. Kann ich das meiner Backpack irgendwo... Nein, das muss ich mir mit haben, oder? Ja. Ja. Ich glaub... Ja, du kannst es glaub ich auf irgendeinem Platz im Inventar haben. Ja, aber... So, ok. So. Bittacke, okay. Schwert, okay. Essen, okay. Ich bin einsatzbereit. Warte. Ja, warte. Ich bin gerade noch am Sortieren gewesen hier. Mhm. Ich hab dir was aus der Käse mit rübergenommen. Oh, wir haben gut ein paar Sachen auf jeden Fall da. Noch kein Loot eher. Fuck. So. So. Dann porte ich mich an meine Stelle da wieder, oder? Hau mir... Gang... Zwei. Und dann portest du dich zu mir. So, ich bin da. Oh. Okay, hatte... Oh. Wo ist denn? Warte mal. Oh, wo ist denn? Warte mal. Oh. Elektroid? Elektroine? Mal gucken, was ist das? Auch das ist das. Oh nein. Das ist ja so. Oh nein. Wir brauchen dafür... Projekt Core 1, okay. Ich muss kurz gucken, was macht man daraus. Der Batterie? Photovoltax Cell. Solar Expansion. Oh. Okay. Resonant Fluxkapazitur. Okay, das geht. Purodium dust. Ähm. Batterie? Ah, und wieder Diamanten. Cool, ne? Ich muss kurz gucken. Ah. Ah, ist doch wichtig, das Erz. Oh, auch im Kryotolium. Ja, haben wir oben auch schon. Ja, Block off. Mhm. Flimplan. Ah, okay. Doch, jetzt hat das hier etwas wichtigeres Erz. Dann sollte ich das wohl doch labauen. Obwohl, nein. Ich baue es nicht ab, weil es Lack... Äh, Dingens ist. Das heißt, nicht abbauen. Weil daraus kriegt man später mit Lack ein bisschen mehr raus. Was ist das? Höhe 8? Ok. Ok… Lasst uns ein Speaker By. Schminen. Kann man Koppelsen da auch reinschmeißen? Ne, dafür bräuchtest du das Digger-Seggpack Oh, okay Wart mal, wie ist denn das Digger? Dafür bräuchten wir auch nochmal Wolle Anstatt Eisen bräuchten wir den Stone dafür Diamanten entdeckt Oh cool, du auch Ja, aber ich habe keinen Lackauftausch, Spitzhacke Ich würde es erst als unkern abbauen eigentlich Lieber auf Lapis-Jagd gehen und das Diamant erstmal in Ruhe lassen Weil wir werden Millionen Tonnen brauchen Ja, da kommen wir jetzt nicht weiter Ah, warte, 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 da habe ich eine Idee Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Scheiße, scheiße, scheiße Okay Immer, das ist im Grunde So, pass auf, pass auf, wir können das fangen Pass auf, wir haben eine Chance Ein Stück da weitergehen Ja, pass auf, pass auf Ich spiel da ist mich eine Kaverne Ich spiel die Kaverne Das ist eine große Kaverne, dann können wir gewinnen So, gucken, geht das? Ja, das geht Ja, das geht, okay Ich will unbedingt an Lapis rankommen Da Ja, okay Achtung Oh, Diamanten Die brauch ich noch nicht ab, definitiv nicht, weil Ich will unbedingt den Gack drauf haben Deswegen mache ich lieber erst die Hagd auf, ähm, Mist schon Lapis laluli Hey Da ist Gold Immer Gold Yellowrium Was ist das? Ja, das hat die Ohre Sofort akquieren So Überall Blubbottet, überall Blubbottet, heiße Namen Ach da, ich hatte einen Doppel, ganz gesehen Hier oben ist noch mehr, da Ja, das reicht erst mal, das reicht erst mal Was wir jetzt unbedingt brauchen, wäre, äh, Lapis Ich finde hier keinen Also Das, ne, gut, das Operi brauchen wir jetzt nicht Das ist jetzt schon Versuch mal hier oben, aber was? Ja, kurz hochgesprungen Aluminium, nein Aluminium werden wir dann auch mal äther drin verrecken Aluminium Ja, bei Diowulf ist es auf der Seite von, von, äh, Feed the Beast Ähm, so ne, ja, äh, Dings, wo Lapis ist, in welchen Ebenen Ich weiß, aber wir sind ja auf Höhe 26, da kommt eigentlich drin vor Da aber auch Redstone drin vorkommt Ja, warte, ich kann das sonst auch, ich nehme einfach jetzt mal die Diowulf-Generation Und bei Lapis sagt er auf jeden Fall, Large ist zwischen 11 bis 21 21 bis 11 Okay, so, okay Überall ist Lava Ne, ne Kostnig, ja Alles raus, gut Ich gehe erst mal primär, suche auf Lapis, weil Die Diamanten und so Das wird ein so harter Verbrauch Wir müssen da jetzt ein bisschen irgendwie Dafür sorgen, dass wir ein bisschen Glück drauf haben, weil Ich sage dir, da verbraucht wird abartig Da verbraucht wird so abartig An Dias Deswegen würde ich das gerne schon so machen Dass das funktionieren können Wie ist Ratsdung? Ja, Ratsdung Hey, ist Ratsdung? Ratsdung haben wir richtig viel schon Ratsdung? Sind wir so Hüllenkavernen? Das lass ich mal abschöpfen, das ist ein Weg Man macht da natürlich das ein Eimer Ja, 1000 Liter fast Ja Ein Kubikmeter Wasser Oh, ich habe mir Lava gekommen, aber gleichzeit auch auf Wasser Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Arm gestirrt Ich sehe irgendwie deinen Namen Ja, ich bin irgendwie in den Höhlen rumgesprungen Was mal unter meiner Hauptrömme Aufgabe ist, jetzt Lapis zu machen Um in den Tiefen ein wenig effektiver behindern zu können Vor allem was jetzt, ähm, die Schiff trifft Ich finde mal hier und da noch ein Goodie Den grüß ja kurz hier, ähm Oh, Essenz-Orberry, nicht schlecht Für Verzauberung auf jeden Fall doch Drei Stück Vier Stück, das nehme ich doch gerne an Vier Stück sagt, okay Also ich schüsse mal hinten auf eine kleinere, äh Grotto Also auf ein bissl, äh, eine Hölle Ah, eine Hölle Ich gehe rein, jetzt haben wir Es geht wieder tief abwärts Es geht abwärts Oh ja Also das richtige Schiff verzweigt hier Ich habe es gefunden Oh Gott sei Dank Lappis, laluli Oh, noch mehr Lappis Äh, Razzle und Mausch Es war doch nicht ab, das kommt auch mit Glück Ja, haben wir doch aber schon so viel Auch Ja gut, wir werden es immer brauchen heute Oh ja Oh, ich hielt noch Was du mir hier hinten für eine Höhle entgegen Da möchte ich mal fix rein Da möchte ich es rein Darf ich Razzle in die Backpack tun? Und Lappis, laluli auch? Ja, das geht rein Das geht automatisch rein Wenn du es abbaust Ist ja geil Also, erst mal sowas geht automatisch rein Okay, cool Ne, du hast halt 15 Plätze mehr, ne Deswegen finde ich das Ding am Anfang gar nicht so schlecht Das wird dann gut Jede Höhle ist irgendwie fast mit jeder verbunden Das ist richtig cool Cool, das ist auch geil Gold Und hier endet es Ich mag lieber dieses Höhlen erkunden Das ist cool Ich höre sehr viel Blubber der Lava Wenn ich da Laut Radar Es tut eine, eine Ravine Zu deutsch Schlucht Unterörtische Schlucht 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 Ah Wow Große Spaß Ich doch So, okay Was haben wir hier Lappis, laluli an der Wand Ja Und welche Ebene? Ist es das, was 15 Okay, cool, ja Das ist momentan mein, äh, wichtigstes Erzsitz Weil ich unbedingt dieses Fortunen drauf machen Lack, auch auf das Schwert Später Für die, äh, Placeroids Zum Beispiel, ne Ähm Warte, haben wir Okay, das Geld hat Oh, noch ein Skeletten Komm her Oh, schluss du Spinnst du So Immer dieses Skeletten Fuck, ich habe keine Fackeln mehr Also ganz klar Ich finde hier viel öfter, ob er ist, als bei uns auf dem Primärsauber Den Feed up your beast 4 Gold Also das ist ganz selten, dass 4, äh, Gold Ohberry Büsche aneinander kleben Das sagen 4, so ein Strunk Ja, das ist echt selten Ähm, was wollte ich jetzt nochmal sagen Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich auf den Direwolf neu anfangen Ich auf jeden Fall Alles, alles in, äh, in sein E-Packen Und dann die Disketten in die Lava schmeißen Ne, das nicht, ich würde es einfach nur dort lassen Weil, falls du halt dual machen willst, das mache ich zum Beispiel Und, ne, ich will dann weiter Habe ich nämlich ein bisschen weiter gedacht gleich Wir wollten doch auch Let's Plays, äh, ähm, selber machen Auf jeden Fall, das kommt auf jeden Fall ins Programm Definitiv Und das dann gleich, ähm, mitmachen sozusagen Jo, deswegen fange ich an Aber ich versuche ja ein Experiment Ja, du willst ja den Next-Seino-Modus Ja, aber... Ich habe mir das überprüft, also... Ich werde nicht an Erte kommen So viel steht fest, das werde ich nicht kommen Boah, jetzt wäre ich mal noch runtergefallen, ey Boah... Niemals runterfallen! Don't do this! Ja, hochfallen ist immer so schlecht Das klappt gut mit meiner Figur hier Na, hier kann man schön durch die... Durch die... Dinger hier springen Also hier, ne Krippe überspringen Mit dem Schattenko-Schwert Zack Ganz toll War zwar minimale Verletzungen Aber besser als in die Lava zu krachen Da kann man hier da Den ein oder anderen Knöchel Das schön... Sauberen Knack-Geräusch Knackt Wie viel wie dieses Geräusch So, okay, natürlich zurück Oh! Ja, ich habe das einmal gehabt Mit diesem Geräusch Was du da meinst Äh... Ja, ich weiß... Das Geräusch hört sich gut an Aber es schmerzt Als wenn du ein Stück hart Als du dich gebrochen hast Richtig lautes Knacken Oh, ja Bei dem Korrosionsbruch Ähm... Lass knacken, Mann! Ja, bis du... Äh... Äh... Schatz Okay, tp mal zu dir Bist du auf einem sicheren Port? Ja Ah... Bist du schon? Ja, hier war es schon Weißt du, warum ich ändere mich an das Ding da oben... Oh, ja... Okay So, komm wir hin bis zum... Meinschaft entdeckt Was hast du entdeckt? Mine... äh... Schacht... Schacht... Mine... Mine... Schacht... Da findest du auch deine holzschöne Fackel Ich... Ja, genau... Obwohl, eine habe ich ja jetzt hier noch... Zack... Vielleicht haben wir Glück und finden noch mal... äh... äh... so ein paar Goodies Also wie gesagt, der Ofen ist fertig... Wow... Vorsicht... Ja... Änderlily wär cool... Oh, das wär Premium Eine reicht ja schon Eine reicht ja schon Ja gut, eine... das ist... Ja... Das stimmt, aber die würde dann... 100 Mio... 100 Mio Jahre warten... Wachsen... Aber es ist ein großer Meinschaft Zusammenwachsung, wenn ich das so sehe... Das ist eins noch in der Nähe... Ich mach eine Zappung... Was sind das Sachen... Was sind das Sachen... Ich muss ja keinen Bock nach oben durchschauen... Komm schon... Alles klar... Ach, ich bin dann... Ja... Jawohl, ich komm gleich... Ja... Ich will noch das Eisen hier mitnehmen... Das ist gerade ungünstige Komposition, die ich hier hab's gehabt... Ja, ich komm zu Fuß denn... Ne, ne... Porten kannst du schon, oder? Ich muss noch hoffen... Ja, ich seh dich ja... Dann kann ich halt trotzdem... Hopps... Weil, halt, das ist nämlich gleich ein Squeeper-Zombie den ganzen Dreck... Oh... Ja, ich bin hier unten... Ja, deshalb hab ich den Gang gemacht... Jetzt wär's tot gewesen... Hä, was sind das jetzt hier drin... Komm nicht, der Leder-Zombie... Ich trete durch... Ach, der andere nicht... Oh... Guck mal, da hinten... Was denn? Da hinten... Es sind... Hä? Hab ich falsch geguckt? Wo sind wir doch nach oben? Das mit dem Eimer war doch ne gute Idee... Ich nehm immer n Eimer mit... Ich hab' dir auch geglaubt... Das war ne... Nein... Haha... Jawoll... Wir haben's einen... Oh, wir haben's einen... Oh, wir haben's nicht verloren... Oh... Oh... So, okay... Wo ist der Saminschacht gewesen? Ist der weiter oben gewesen? Ja, er ist weiter oben gewesen... Oh... Oh... Goldzombie in coming! Pass auf, ich das mache... Pass auf, ich das mache... Ich bin grade am Entleeren... Boah... Sauber... Wollst du das haben? Nein... War fast kaputt... War egal... Ähm... Wir müssen nach oben... Wir müssen erstmal kreiseln nach oben irgendwie... Da war der Windschacht... Weil ich müsste unbedingt die Windschacht besuchen... Da war... Oh... Lass uns raten... Du hast dich an die Aluminium-Operies geschnitten... Ja... Hehehehe... Da passiert mir mal irgendwie... Ähm... Ja, wir müssen noch... Da ist der Aufgang... Da ist der Aufgang... Reif nur nach oben jetzt... Ah, mal ganz kurz... Ein Windschacht... Natürlich wollen wir bei den Windschacht... Natürlich auch... Ähm... Erhoffen... Dass wir natürlich ein paar Synchronazien kriegen... Aus Kisten... Zielblocks und sowas... ...und wieder Fernseherausfall... Passiert... Ja, das habe Deutschland... Seitdem die mit... Ähm... Vodafone fusioniert haben... Kannst du das echt vergessen? Wir haben so oft Ausfall... Die ganze Zeit hab ich hier... Prima.com und Telekolumbus... Ähm... Ein bisschen hochgegangen da... Ja, das ist ein Kreisel... Dann gehst du nach oben... Mit der Hoffnung... Dass ich es jetzt getroffen habe... Irgendwas proben irgendwo... Ja! Ah! Mannschaft entdeckt... Akkurat... Also wenn du oben bist... Ähm... Haben wir gleich einen Zugangspoint... Ich setze gleich ein... Ähm... Home-Punkt... Mach's auch gleich... Mach's am besten hier... Ja, hier ist gut... Set... Home... Mine... Pum... So... Okay... Ich sollte wohl ein bisschen... Beef Chucky essen... Hm? Boah... Hm... Okay... So... Die Lava lass ich mal dort... Man kann die wissen... Hast du Kohle mitgenommen? Ja... Ja... Abgebaut halt... Ne... Da ist die Queep... Sargasse... Huff... Die lassen wir auch da... Die ist gut... Ich hab' natürlich noch extra Meinenschaft... Mal gucken... Mal gucken... Mal gucken... Passiert... Die sind recht häufig... Also Wahnsinn... Drei... Das ist viel... Drei Stück aufeinander... Das ist gut... Das ist gut... Das ist gut... Naja... Oh... Der geht hier... Der Mannschaft geht... Also... Da ist doch kein Card... Keine Überraschungskard... Muss eine Verwinkelung... Ah... Kranell... Muss hier freischaufeln... Das ist gut... Das ist gut... Okay... Wir haben einen Dungeon entdeckt... Ich brauche bitte dich jetzt an meine Position... Das ist ein Skletten Dungeon... Im Moment... Da können wir da auch noch einen Mob-Omad bauen... Das kann nicht... Das geht... Ich hab' aber meinen Card entdeckt... Okay... Dann los... Guck rein... Was haben wir drin... Ja... Pumpkin Seeds... Crap... Obwohl... 37... Ähm... Sheen... Nö... Dieses Unknown Dimlet... Das Dimlet lass' ich aber da... Okay... Dann... Mal zu dir... Also kannst du aussuchen... Ob wir das behalten... Für die Bone-Produktion... Warte... Ich will jetzt erst mal... Achso... Ähm... Fackel machen... Ich muss auch lang machen... Ja, ne... Äh... Mal 40 gewesen... Ich glaub' mein Schlaf-Reduce ist wieder zerfickt... Ich hätte zwar schon nicht ins Bett gehen dürfen... Aber ich war auch richtig kaputt wegen dem Umzug... Mal richtig hart... Ja... Kann ich mir vorstellen... Scheiß Schliefer... Alter... Habe ich kurz dann rausgekriegt... Also... Jetzt geht das Fernsehen... Warte... Ah... Aber ja... Ich hab guten Freund geholfen... Das ist schön... Hat auch Spaß gemacht... Ja... Warte... 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 Ja... Cool... Das war schnell... Ja... 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 Warte... Den wollen wir hier lassen... Auf jeden Fall... Jo... Ich mach' ein... Ne... Ich mach' dann so'n Vanilla-Ding... Wo das dann produziert... Wo man kurz rumstehen muss... Hm... Sklett-Spanner... ... So... Sklett-Spaar-ner... Savingen... Mal kurz schreiben... ... Sklett... Dann... J drücken... Flatcett drücken... Den erst einmal ausschalten... Den brauchen wir nicht... HUM-Rawmer brauchen wir erst einmal auch nicht... So... Okay... Äh... Empfehlungen wäre jetzt wenn wir noch ein bisschen... Menschaffen erkúntigen wollen... Ähm... Hart nach Westen... Zirnhaus nach Süden... Dickern... Hier sind wir eben hochgegangen... Guck mal hier und deine... J-Platt nennen... Was? Dann würde ich empfehlen in die Richtung. Da ist mir direkt eine große Ravine und ein Minenschach. Und ganz viele Zomben. Dann fach's schon mal an. Ja, ich nehme hier noch ein bisschen Kohle mit. Und Eisen ist hier auch noch in der Wand. Oh. Okay. Könnte ein Spawner sein, super. Hier geht's irgendwie abwärts. Ich gehe kurz abwärts. Ein bisschen Stone? Ein bisschen Stone. Ein bisschen Stein. Ja, richtig. Zurück. Da oben muss ich hin. Ah. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Hä? Da lang muss ich. Ah, geht doch. Ach, da bist du schon längst. Okay. Ja, ich hab's hier noch ein paar Ärzte ab. Mach das. Ich wünsch mir doch gerade hinten noch einen... Wusstest du, dass du die Schienen in den, glaube ich, Coke-Ofen packen kannst? Ja. Und dann kriegst du da auch Eisen raus? Oder eigentlich Smeltery war das, ne? Richtig. Richtig Smeltery war das. Eigentlich würde ich auch gerne das Holz abbauen hier. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich das machen soll, oder... Schade, dass es kein Compressed-Holz gibt, ne? Ja. Komprimiertes Holz. Weil alles, was wir so als Planks schon haben, brauchen wir natürlich nicht mehr abbauen, ne? Das ist richtig. Ja, ich nehme ein bisschen, nehme ich auf jeden Fall mit. Ein bisschen. Okay. Ein bisschen hier vorne, ein bisschen da vorne. Gut, jetzt sind wir schon irgendwie... Ich wollte ja eigentlich noch eineinhalb Stunden machen. Ja, egal. Man lebt da einmal. Ich habe auch immer wieder Bock durchzuzocken, oder so. Sehr gut. Ich habe jetzt wieder ein bisschen geholfen. Nein, 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 nein. Okay. Nein, ich habe wieder ein paar Jahre. Ich habe wieder ein paar Jahre. Tch. Ja. 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 Ich schalte das schon wieder hin. Seidens kommt so schnell. Saphir, das brauchen wir auch. Kann ich in den Maps nochmal zoomen? Also normalerweise machst du es ja mit String, aber das ist Steuerung. Das ist ja bestimmt aber auch umgestellt. Ah, das sind Zielprojektionsarbeit. Da muss ich kurz gucken, das ist wichtig. Also, Controls. Oh nein. Halt Whisky? Verdammte Zomme hier. Plus, Minus. Schon besser. So, schon viel besser. Damit kann man arbeiten. Was ist das denn für eine große Höhle hier? Eine große Höhle entdeckt? Ja, ähm... Wie soll ich sagen, da sind diese Höhlen... Du weißt doch, dass die Gänge manchmal in so einer großen Höhle enden, ne? Ja. Ja, so eine Höhle ist das hier. Dann komm ich mal zu dir. Achso. Achso, du bist... Aha! Okay. Okay. Ja, aber doch nicht so doll. Ich dachte... Ich hab gedacht, die... ...bis mehr abzugreifen. Jetzt muss jetzt hier irgendwie das Ding da... ...h... 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 ...da lang? Genau, da lang. Und dann nach oben. Ich muss noch was essen. Hm... ...denn? ...meh... ...und... So... ...diest... ...mit... ...i... ...d? ...duh... ...ja, wenn ich gleich eine Höhle mache, dann mach ich aber auch erstmal irgendwie was bauen. Ich will irgendeine Maschine bauen oder so. Dann kannst du dich an den Thermomium Fabrikator machen. ...die... meine endkiste zu bereiten die brauchen wir zuerst für die elektrik wir brauchen die tubes weil ohne diese tubes kannst du können wir die laser manufaktur ums dinge nicht herstellen ich brauche jetzt unbedingt ich will doch gerne noch nicht letzten menschen untersuchen und da komme ich auch kommt auch zu 2 oder irgendwie so was wir leser manufaktur um um das machine frame zu bauen dafür brauchen die fabrikator jetzt machen wir dann ist denn dieser schatz bekannt vorher ist das denn hier schon gekommen ist das ist gut dass wir ein bisschen stone haben das müssen wir auch irgendwann brennen was wollen wir für diverse blöcke glaube ich später für scheiße ich war hier schon ich war hier schon auch geben das auf den sack aber ich habe das gefunden mehr lab ist an insgesamt 24 dafür habe ich jetzt so soll schnell powert sich das auch nicht hoch ich habe da echt mit mir gerechnet wenn du jetzt so bauen bist was wenn du einen gab es oder lab es hier drauf hast das geht ja auch hoch durchs arbeiten richtig aber sehr langsam ja ich hatte 18 mit 18 blick bei meinen gestartet heute und habe jetzt erst 26 ich habe jetzt ich habe jetzt momentan 32 und fortuna 1 also sehr ganz opportune einzug geschüttert die wert von mir dann auch sein ab 30 32 kriegst du das glaube ich den schritt so dass man nicht so sehr denn sich jetzt hier noch mal durchreisen weil ich kann noch mal ein bisschen lapis ich bin noch ein bisschen was man nicht bis dahin fast breit ist weil ich für die diamanten unten ist das unabdingbar deswegen muss ich das das ist verdammt gut ja wenn ich die für die finden die schon also ich habe eineinhalb steckt ich habe eineinhalb stecks tracks mitgemoniert ok was auch immer das ist tracks so specks verstanden ich kenne da nicht mit weil bekommt so bequem an eisen ran also wenn du einen minecart findest wo eine fackel drüber ist oder zwei fackeln dann war ich da schon dran ok da habe ich aus der ferne einen zombie fein auf dem see lapis la lulli nämlich trotzdem gefunden denn das lapis la lulli euer alles mitnehmen ich glaube ich habe hier noch einen spinnensprung spinnensprung ja klar mit dem bogen ist richtig ne geh ich nicht rein nein ja ja weg, 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 wieder eine Trompe Hä? Hä? Oh Gott! Stopp, schau! So, und die ist ja mit der Lava hier Ich bin doch gleich, ich bin ja auch gleich oben Na komm, geh weg zur Lava Muss ich nachhelfen, ne? Und der Skelett Das Skeletten Lappes Zombie Äh, dann denkt man, wenn man will fertig sein, dann kommt man irgendwo in einen Gang Und dann ist irgendwo wieder eine große Höhle, wo man sagt, die will es noch erkunden Und irgendwann, scheiß Ich muss aufpassen Ja, hier ist auf jeden Fall ein Spinner-Spawner Ja, ich hab ja noch einen, der hab ich kaputt gemacht, weil Spinnen sind nicht effektiv Zum, zum, zum Farmen, so Also zum XP-Dinge und so Obwohl natürlich, als Trink-Maker natürlich eigentlich ziemlich gut, aber Äh, ist ein Zombie? Immer diese Zomben Im benefiting Soll nicht sterben, nicht sterben Ach, ichas wieder tot gewesen, ichas jetzt wieder ein 크게 gesprengt Ah, da, da klappt es, da oben ist, da klappt es, da zu die Ohren, guck da. Was ist da drin? Thorns, Pill of Ashes, Jailer Safari Nets. Ja, die finden mir eigentlich recht gehäuft, äh, jetzt in den Dingern. Und hier haben wir einen Uncommon Treasure Pack. Oh ja, Uncommon. Möchtest du das aufmachen, henn? Bitte? Möchtest du das aufmachen? Nö, mach es einfach auf. Einfach aufmachen, hennst, und guck was drin ist. Äh, ja, das scheint wohl alles in meinen Rucksack gegangen zu sein. Äh, okay, ist echt ungewöhnlich, ist doch kein Mino-Golumme drin, oder? Äh, 20 Gold-Coins hab ich, ja, vielleicht ein Diamant dabei gewesen, weil ich entdecke nichts mit mir jetzt gerade, was... Tränke? Tränke, die dazugekommen ist. Tränke? Keine Tränke? Was ist da? Weil, ich hatte in meinem Kamenbeck richtig viel Arsch drin gehabt, ne? Das verstehe ich nicht, warum ist denn da bei Tissouben? Bestell entikärten Schmittel oder Betrug. Oder weil sowas? Oah, also... Oction! O Ah, nein Ein ABS finden Sch inhalant, oh! miese sache miese sache jemand auch mal gucken ob ich jetzt mehr rauskrieg da musst du dir jetzt kommen und dich erdecken anders geht's nicht weil ich gucken muss wo du warst und dann ich sag dir wenn ich mich wenn ich den wegbefehl eingegeben warum ist das denn was los ich muss noch mal diskonnecten ich muss ein forge-update dann machen doch stopp 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 aua oh man ob ich jetzt gerade nicht verstehe wieso auf dem forge-update kann er denkst du auch drauf sein alles klar ich darf ihn erstmal heilen Sorry. Connecting to Server. Eieiei! Das war... Die Spinnen sind ein paar Giftungs-Scheiße! Ach, bist du schon da, oder was? Ne, ich hab irgendwelche anderen Spinnen entdeckt. Ich weiß nicht, ob das unsere selben Spinnen sind. Weiß jetzt nicht. Oh, du bist auf jeden Fall nicht bei mir in der Nähe. Ich bin jetzt aber da. Dann komm ich jetzt zu dir, ja? Ja. Da vorne, da vorne! Da vorne sind die. Okay, okay. Oh nein! Ich schleck mich. Wie geht das? Vorsicht! Jetzt kann ich mein Ding aufmachen. Ich kann die Strings alle mitnehmen. Oh, ich muss jetzt die Strings mitnehmen. Oh, ich muss da noch mehr. Ich muss da noch mehr. Also Steine zu sehen. Kann ich grad nicht! Kann ich grad nicht! Tut mir leid! Ich kann dich auch nicht. Ich muss noch ein Herzungs-Jobby. Das ist ein Nasenzombie. So, jetzt mach ich ganz schnell auf hier Versiegelung Okay, versiegelt Raus hier Die Strings alle mitnehmen, halt Das geht halt, ne? Nimm sie später mit, klapp mir, nimm sie später mit, das ist es nicht wert Es sind Dwecks hier, das ist für ein Gebiet hier Zack, zack, zack Ja, wollen wir Heimweg antreten? Ja, reicht erst mal Ich will kurz noch mal kurz gucken Ich will kurz noch einmal auf den Tisch gucken Und dann gehen wir sofort unmittelbar zurück Doch, doch das war das Spinn-Spawner Ich war nur hier hinten, okay Reicht, Return to the LC, es reicht Return Eine gute alte Hume-Hume Walter, was ist da denn jetzt los, da geht ja richtig was ab Geh am besten nicht rein und deck dich darüber nach So Wollen wir mal die Katalyst gedöhnen, das schmeiß ich mal hier rein Und den Rest, den verteil ich jetzt So Ankam mit Löcher-Back habe ich, aber den öffne ich erst, wenn ich alles entlärte Ja Bomb-Trop Genau, Bomb-Trop Äh, was haben wir denn hier Ja, dann können wir die Rüstung da auch mal mit zupacken Erstmal schon Aber ich brauche neun Achtzehn Muss gucken, wieviel Wolle ich draus machen kann Anja, wir brauchen kein dickes Backpack, ne? Nö, nicht wirklich Oh, warte, achso Ah Äh, okay, dann Was haben wir denn hier noch irgendwas Gibt's hier Ärzte? Ärzte da oben, okay Ärzte ist da oben Das ist erstmal Ärzte Äh, dann haben wir Bahnen Bling, bling Ah, dann pack ich auch das mit rein Das war's auch mit rein Holz Magi genommen Ärzte Und noch Mob-Trop Wozu Ärz, so Achja, genau Ja, ich hab die Operis jetzt mit den Ärzte erstmal reingeshootert So, Mob-Trop Gunpowder ist Mob-Trop So, Red-Spawn, Red-Spawn Lab-Isla-Rubi, oh gut Ich hab Bilds Setzlinge, 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 Magi, Scheiße, Setzlinge So, Lab-Isla-Rubi We haben drei richtig gut Lab-Isla-Rubi Jetzt Mhm Sind wir ein? 20 Saphir hab ich auch gefunden Gott sei Dank Schau den Bling-Bling, Saphir kommt auf Bling-Bling erstmal Oh, mein Backpack Na gut Alter, sieht aber nicht so gut aus Das Block of Saphir sieht ja auch irgendwie scheiße aus Der sieht schlecht aus Der ist besser Von Projekt Red-Exploration ist besser Als der von Biomes of Plenty Der ist schlecht Ah, das ist wie viel was er sieht Oh, Electric Scootyper, oh Ahaha Was ist jeder? 8 Block of Steel hatte ich ja auch noch, genau Äh, die Very Bishes, die können ja mit Ich sag's ja bei der Ärzte ist mit reingeshootert Ja gut, dann packen wir die da rein Hey, ich hab zwei mal in das Backpack Also ich, wir haben auch einen Jailers Pack Äh, Jailers Safari Das halt Ich weiß nicht, also Da können wir irgendwas mit einfangen Weil das ist dieses, das steht rein Okay, was hab ich erhalten aus dem Uncoming? Okay, was hab ich erhalten aus dem Uncoming? Okay, was hab ich erhalten aus dem Uncoming? Auf jeden Fall ne Buddel Was ist denn schon ne Buddel? Öh Eine Flasche Zwei Gold-Exte Okay Die können wir eins smeltern Ich tue sie erstmal kurz die Temporär erstmal her rein Dann ein Upper, keine Ahnung, Towncraft Irgendein Ring Und dann eine verzauberte Hose mit Unstable Protection Bei Unstable Protection mach ich folgendes Ich versuch sie mit der anderen Hose hier oben zu ver synchronisieren Die mach ich jetzt zusammen Ja Ich krieg' ne volle Hose raus Mal guck' ob ich die äh Zusammen mischen kann Erstmal ne Runde pennen Ich werde ein Zombie auf mich zu laufen So, okay Oh, ich weiß, was ich verloren habe Captain Zombie Oh, Zombie Nation Ja Cooler haben wir auch richtig gut Schon, ein bisschen Äh Das ist jetzt 16, 16 16 16 16 18 Ja, echt jetzt? Der kleine Grüne auch? Ja Echt? Das Arschloch? Aber der wird auch von den Guards... äh, mit dem kannst du auch tauschen hier Ich weiß Kobalditas und 5 Goldnuggets gegen einen Kobaldit-Nugget Ah, cool Alter, voll die Gang ist hier unterwegs, ey 19... 19 Wied gegen 1 Emerald Ist gut Nein! Nicht sterben jetzt, das ist ganz schlecht Das ist nicht die Idee 10 Wied Wir brauchen mehr Wied Hörst du die Hexe eigentlich? Nein Emerald haben wir richtig gut gebrochen jetzt eigentlich Ich werde jetzt hier gleich einen Mega-Rubber-Baum füllen Den darfst du abholzen Ja, warte ich bis wir zu Die gehen in unser Lager rein! Die gehen in unser Lager rein! Ja, aber die Clownie, ne? Dann gibt's aber einen auf den Hut Warte, ich brauch... äh, ich brauch Bohnen! B-b-b-bohnen, B-b-bohnen, B-b-bohnen mit Sellerie-Hauptstellung! Geht das? Ja, wir dürfen mal Mühe herstellen, sehr gut Ein bisschen fort Ja, aber... Wir können mich eventuell gleich in Emerald ran shootern Ja... Dann pflanzen wir den mal... Machst du das? Da... Ne, wo wartet der jetzt? Was denn? Achso... Der eine... Ja, der eine! Och komm schon! Jetzt muss ich den suchen! War das der hier? Ein Zeil! Der ist noch der falsche! Wo ist der andere? Ach, warte, das brennt auf! Nein! Du? Ja! 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 Ein Emerald! 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 Ja, gegen 19 feet! Oh! Eine Coven Witch! Ja! Ich muss mal gucken, ob ich jetzt die Hose wirklich einsmildern kann Da ist einer in unserem Ofen! 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 Ja, dann... Cobalt-Dieten-Nugget! Wo finde ich denn das? Kobo... Kobo... Da! Bitchery... Mach ich den? Ja, du kannst doch die Hauptprobleme da für dich arbeiten lassen Achso! Und dann machen sie Cobalt-Dieten-Nuggets Und mit diesen Cobalt-Dieten-Nuggets kannst du... Ja! Handeln! Genau! Hm... Ah! Aber das fehlt jetzt nicht meine Hand! Das machen die und du kannst du die Cobalt-Dieten-Nuggets griffst du dann dafür! Oh! Ich weiß warum! Alter, was macht ihr hier drin? Verpisst euch! Geht denn da nicht flüten? Daraus keine ich! Cobalt-Pick-Aggs... Aber was ist denn das? A-Tunit-Stone-Charge-It! Was ist denn das? Start-Off-Hop-Goplin-Petron... Pentacle... Und der Twisted-Bunt... Okay, was noch? U-Cheri's cool! M-M-M-M-M! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! I-O! Ach, jetzt... Da verbauen wir auch alles möglich... Ja irgendwie... Also, dolken Putz kann man äh... smoltern! Wie machen wir denn? L-M-M-M-M-M-M-M! Ah! L-M-M-M-M-M-M! L-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! jetzt aber jetzt steht er natürlich in der pampe sterben problem die manche ist ein bisschen verunreinigt ich glaube ich wo maschinen von industriel kraft wieso wird es jetzt auch das sieht man oder was zumindest ein ofen und macerator irgendwie kriegt man das andere nicht so teuer dafür brauchen wir ganz einfach zweimal redstone aha ja schön was der iron chipset so das brauchen wir das leiser manufaktur um dafür brauchen wir die thermolie und fabrikate damit wir das leiser manufaktur umbauen können ja hier wir brauchen auch ein basic machine casing doch nicht weiß ich weiß ich weiß ich tu basic machine casing für was für den iron furnace und iron furnace und ja und da aus für den elektrik fern ist brauche ich ein iron fern ist zweimal redstone und diesen elektrik circuit den mache ich und den basic machine casing ach ne entschuldigung ist das falsch entschuldigung ne das war falsch entschuldigung ich habe falsch geguckt